Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video! Was geht mit Alpha? Was geht? Was geht, mein Alpha? Ich bin in so einem alten Haus gelandet, Mann, und ich muss so Dinge einsammeln. Was geht dir vor sich, ey? Ich verstehe gar nichts. Was ist das hier alles? Ja, aber ich check den Spielmodus noch gar nicht. Hör, da ist ein riesiger Riesiger. Wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Hör, wieso ist das so ein großer Riesiger? Was macht der? Ich komme aus der Roblox-Ageinte. Was? Das heißt, das ist der Roblox-Ageinte? Warte mal, müssen die Dinger sammeln? Oh, und die laufen alle mit so Schlüssel rum. Leute, wir müssen so Schlüssel sammeln, Alpha, und die da hinbringen, um hier, glaube ich, rauszukommen, um vor dem Hacker zu entfliehen, Mann. Ja, ich suche nach Schlüsseln. Oh, und da vorne sehe ich, Leute, seht ihr den? Ich habe einen Schlüssel gefunden, ich habe einen. Junge, der ist so muskulös. Ich bin hier oben, ich habe einen Schlüssel. Nice, Bro, ich habe gleich 25 von dem Beteilig. Ich will wissen, was dann passiert. Warte mal, hier ist auch ein Schlüssel, den ich mal mit soll. Oh, da kommt der Hacker, ich muss abbauen, Ente. Oh, ich sehe es ja verfolgt. Ich verstehe mich, dass er mich nicht sieht. Der orange Schlüssel fehlt, doch es ist so dunkel hier. Okay, dann darf ich dich sehen, ich laufe schnell zum Tor. Ente, wie kann ich abbauen? Ich muss schnell laufen, der kommt hinter mir. Was, kannst du dich abbauen? Pass auf, geh zur Seite, Ente, geh, der kommt. Ich habe den Schlüssel gegeben. Warte mal, ich habe ihn abgegeben, oder? Ja, Mann. Jetzt sind auch zwei Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel immer noch. Ich habe den immer noch, der orange Schlüssel ist gerade verschwunden, nachdem ich den da hingedrückt habe. Oh, der ist so gefährlich, wir müssen richtig aufpassen. Ja, Mann, wir müssen die anderen Schlüssel finden. Der grüne, ich glaube, der wohnt schon aktiviert. Oh, nein, der kommt, der kommt. Lauf, lauf, lauf. Oh, nein, stopp, nein. Ja, Hacker, komm, Mann. Junge, der hat sich so krasse Fähigkeiten geguckt, einfach, dass er so groß und muskulös ist. Oh, Alter, kommst du da noch raus? Oh, ich weiß es nicht, Bro. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, man kann durch den Schacht hier durch. Oh, nice, Mann. Hast du mich gerade gerettet von dem? Oh, Mann. Okay, ich glaube, der macht den nächsten zu, Jörg. Was probiert du denn? Ey, was hat denn der, der hat nicht den passenden Schlüssel dafür, Alfa? Ich habe hier noch einen, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Warte, hier ist ein Blauer. Für was brauche ich denn den blauen Schlüssel? Müssen wir uns herausfinden. Gibt es einen Keller? Ich weiß es nicht. Vielleicht probieren wir einen Schlüssel, um einen Schlüssel zu finden. Ich habe einen grünen Schlüssel. Weißt du nicht, was der bringt, ob wir den wirklich brauchen, Mann? Oh, der Riese steht gerade einfach nur rum. Wir haben kein Glück, der Hacker da. Echt, jetzt ist der, oha, safe ist der gerade Afghan. Der denkt, der bekommt uns sowieso. Darum siehst du denn, da steht der. Oha, was macht er denn? Warte mal, ich habe erst mal meine 25 Dinger. Warte mal, hier kann man auch raus, schau mal. Man kann rausgehen. Ja, guck mal, hier kannst du auch mit dem Schlüssel dran gehen. Wie kann ich die Tür aufmachen? Weiß, ich muss richtig geschlüsseln, glaube ich. Warte, da ist der weiße Schlüssel, den brauchen wir gleich noch raus. Hier ist der roter, ich glaube, da braucht man den grauen. Hier ist der graue, so. So, warte, ich habe den Helm weiß, den brauchen wir auch für den Fahrer auf jeden Fall. Oh, der ist am Eingang, yeah. Oha, der ist echt gerade aufgehauen, safe ist der wie gestalt oder so? Oha, ich kann die Tür jetzt aufmachen hier mit dem grauen, endlich. Na, aber wir brauchen hier noch eine Säge oder so, einen goldenen Schlüssel, dass wir die Tür aufmachen. Wir müssen es auch sonst, dass der Typ gerade nicht teilt. Ich gucke gerade schon, ob ich hier irgendwas finden kann. Nice, Mann, soll ich aber kurz mal eine Medaillen weiter ein? Let's go. Hier ist ein roter Schlüssel. Hier liegt ein lilaner Schlüssel, okay. Hier ist auch ein orange, oder was, wann kann man die dafür brauchen? So. Nee, das ist der falsche Schlüssel. Oh nein. Hier ist ein metallener Schlüssel. Warte mal, brauche ich den für irgendwas? Ich schaue mal. Such auch gerade. Und nein, da oben steht, wir haben gar nicht mehr viel Zeit diese Runde, um das hier zu schaffen, Bro. Nein, ich will es aber noch schaffen. Ja, Mann, wir müssen den unbedingt besiegen. Mann, mir liegt zwei Schlüssel rum, aber die brauchen euch alle nicht. Ich glaube, dass wir erst zu der Hintertür vielleicht raus müssen. Nein. So, dass du das Stockwerk habe mich komplett durchsucht. Ich gehe jetzt mal ins Oberstockwerk. Und such da mal. Oha, warte mal, Leute. Ich muss mich hinsteigen, dass der mich nicht sieht. Und ich laufe alle weg. Oh nein. Der wird wieder aktiv, wenn man den näher ankommt. Also, wir sind wieder aktiv geworden. Ja, Mann, ich glaube, das ist so ein Trick. Der will einfach, dass man zu ihm hinläuft. Und dann tut er so, als wenn er auf K. Warte mal. Hier im Bad liegen noch zwei Schlüssel. Ist das der? Der ist dunkelrot. Ja, warte. Den brauche ich für die Außentür. Den rostigen Schlüssel. So. Den brauche ich nämlich für diese Tür, um die aufzubekommen. Und let's go, so. Ja, Mann, die Tür ist auf. Mach nur noch die Säge. Ja, und da draußen so ein mechanisches Schlüssel. Lass wir rauskommen. Wir schaffen das schon, Bro. Wir müssen oben weitersucht. Unten ist gar nichts mehr, glaube ich. Jawohl nicht. Ich habe den mechanischen Schlüssel. Wir können die Hintertür aufmachen. Dann kommen wir bestimmt weiter. Ja, ja, ich laufe. Ich renne, ich renne. So, warte mal. Ich gehe mal durch das Loch. Das du weißt. Ich glaube, da bin ich schon mal viel schneller. Ich glaube, wir können es noch schaffen. Ist der Ecker uns gerade nicht auf den Fersen, Mann? Wir haben gerade freie Zeit. Ja, los. Let's go. Und let's go. So, warte mal. Ich aktiviere den Schlüssel da oben. Ja, wir können rausgehen. Ja, wir können raus, endlich. Aber das ist nur der Garten. Ja, da ist die Säge, Alpha. Also, nice. Haben wir schon geschafft? Ja, gleich, warte. Wir haben nur noch eine Minute Zeit, um das Spiel zu schaffen. Da ist gleich die letzte Tür los. Ja, ich gehe vor. Der Hacker darf jetzt nicht kommen. Guck, dass der nicht kommt. Legt den vielleicht ab, Bro. Wir müssen hier raus. Komm, bitte. Oh, warte mal. Hier, hier, hier. Hände los, schnell. Wir sind doch oben. Die haben aber zwei Leute erledigt. Das heißt, dass er nicht noch abkommt. Oh, der hat zwei Spieler besiegt uns. Was? Wir haben es geschafft. Die Spieler haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Einfach schau mal. Der Gamebot geht wieder los, Mann. Das kann man hier am Hacken. Ja. Ja, gerade sind wir ja mitten in ein Spiel gekommen. Aber ich glaube, jetzt sind wir das Spiel von euch verstanden. Ach, ich bin ja deswegen. Was? Du bist der Hacker? Ja, ich war gerade am PC, habe alles eingegeben. Ich habe euch gerade gehackt. Labe, als ob man. Oh nein. Jetzt müssen wir wieder suchen. Oh nein, hier sind ja alle Schlüssel noch verstreut. Leute. Ich werde alle besiegen. Ja, wir sind gerade erst mal mitten in ein Spiel gezogen. Ihr werdet gleich sehen. Ich komme in zehn Sekunden. Boah, ich hoffe mal nicht, Leute. Gerade hat mir sein Fach, weil er schon viel aufgemacht war. Wir haben zusammengearbeitet. Aber jetzt muss ich gegen Eifers spielen. Was, Mann? Das werdet ihr nicht schaffen. Ändl, was geht? Oh nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. Ich habe dich. Ändl, es ist vorbei. Ich stehe deinen. Nein, ich muss weg hier. Schnell. Nein, bitte. Ich kriege einen Kumpel. Guck mal da vorne. Oh nein, ich muss raus hier. Weg hier. Weg für Eifers. Oh nein, Mann. Warte mit ihm. Leute, ey, der ist ja verrückt. Warte mal, wo ist der erste Schlüssel? Ich stehe die ganze Zeit. Einfach darf ich nicht bekommen. Hier ist ein grüner Schlüssel. So einen Spieler habe ich schon besiegt. Oh nein, das heißt, es bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Warte mal. Und Schlüssel 1 platziert. Da vorne ist der nächste Spieler. Oh nein, du schnappst hier alle meine Freunde, meine Mitstreiter. Der muss von dir weglaufen. Du darfst ihn nicht bekommen. Ich habe ihn gleich. Lauf weg, schnell. Oh, ich bin gerade gestunnt. Hä, ich war wie in so einer Falle drin gerade von dir. Leute, du hast eine Falle gelegt, einfach. Ja, natürlich. Oh, du bist echt ein gemeiner Spieler. Aber wo ist der nächste Schlüssel bloß? So, die nächste Spielerin. Und hier ist noch ein Spieler. Oh nein, du schnappst hier alle. Ja, guck mal, ich habe die alle besiegt. Und hier ist noch einer. Hey. Lauf weg, Bro. Der darf sich nicht erwischen. Ich werde euch besiegen. Du bist viel zu langsam. Ja, ja, ihr werdet gleich sehen. Wo ist der nächste Schlüssel versteckt? Wir müssen ihn schneller finden als alles andere. So, ich stelle euch jetzt hier ein paar Fallen hin. So. Oh nein, warte mal. Ich verstecke mich gerade hier am Boden. So. Wo ist der andere Spieler? Oh. Hinter der Tür. Oh, man zieht mich auch unter, dass du den erwischt. Ja, es war es mit ihm. Ich bin deine Falle enttretend, Leute. Ich finde den anderen Schlüssel nicht. Ich habe ihn. Oh nein. Das heißt, ich bin der letzte. Du und ich. Eins gegen eins. Oder was? Komm, warte. Ich werde dich besiegen. Leute, hier gibt es noch keinen anderen Raum, wo hier noch ein Schlüssel steckt oder so. Du bist der letzte. Hey. Hier ist auch ein neuer gespawnt. Was geht? Bro, pass auf. Lauf weg. Schnell. Der wird es nicht schaffen. Und hab ihn auch wieder besiegt. Boah, du hast so viele Fallen gestellt. Du bist so gemeiner. Ja, ich weiß. Ich muss weg. Lauf von dir. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, du hast mich ausgetrinkt. Ja, da vorne ist doch eine Tür. War sie schon da drin? Hey, die geht gar nicht auf, oder? Doch. Ohne Schlüssel. Was? Oh, das wusste ich gar nicht. Danke, Bro. Dann gehst du kurz rein. Ich lass dich reinkumpeln, aber nicht mehr lange. Oh, Bro. Lass mich mal kurz hier machen, okay? Ich lass dich kurz 10 Sekunden enthalten. 10 Sekunden ernsthaft. Okay, dann gehst du raus hier. Und da. 5, 4, 3, 2, 1. Oh nein, ich hab nicht viel Zeit. Ich komme. Tür, geh auf. Tür, geh auf. Schnell kommt. Das ist doch der passende Schlüssel. Der muss doch passen, Mann. Komm, hinter dir ist. Was? Was? Nein, du bist ja echt knapp hinter mir. Ich hab dich gleich entlegt. Ich schnappe den nächsten Schlüssel. Und dann kann ich mich abhauen. Bleib stehen. Hey, warum geht die Tür nicht auf? Ich will nur mit dir reden. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will aber nicht mit dir reden, Alfa. Hörst du nicht weglaufen. Wir können das doch was anderes anzahlen, Bro. Ich sag's dir. Und da sind noch zwei Spieler gespottet. Nice. Top, zwei neue. Hey, dann geh ich die erst mal über sie. Ich lass sie kurz rein. Jetzt hab ich ja eine realistische Chance, von dir wegzukommen. Die da oben werde ich auf jeden Fall kriegen. Ja, die ist in meiner Falle. Das war's für die. Oh nein, die arme. So, warte mal. Mit dem kann ich das aktivieren. Und zack, neuer Raum. Oh nein, ich bin in einer Falle gefangen. So, und ich hab hier jetzt die nächsten Spieler. Die werden hier nicht mehr rauskommen. Da ist der Schraubenschlüssel von eben. Ja, die ist in meiner Falle. Was? Mein Dorn, wir stehen echt alle. Ja, hab die besiegt. Oh oh. Oh, man, auch ein Spieler. Wo ist der? Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, um hier rauszukommen insgesamt. Noch fünf Minuten. Das ist doch viel zu viel. Hey, jetzt kommen wir mal mehr als Spieler. Ja, man, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Welchen Schlüssel brauche ich als nächstes? Oh nein. Hörst du, was geht? Nein, Mann, bitte. Es ist vorbei für dich. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bitte, Alfa, Bro. Bitte, du kommst nicht mehr weg. Bitte, ich muss mitkommen. Nein, nein, nein. Leute, ich glaube, das war es jetzt wirklich. Wo willst du lang gehen, hä? Nein. Der Heck hat mich erwischt, ey. Oha. Die anderen müssen wir auch noch. Ach nein. Ich würde besser halt lassen. Nein, nein. Lasst es. Aber dann wird es euch gefallen. Jetzt schau mal vorbei. Nix in den Videobeschreibenden. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Yeah. Ja.